hallo freunde und willkommen in diesem video mit einem kleinen tipp oder info die dem einen oder anderen auf jeden fall in diesen schwierigen isolationszeiten helfen wird oder kann so hoffe ich zumindest also für alle gamer oder e-sport amateure ist das eine gute nachricht denke ich und zwar hat facebook seine games plattform erweitert so dass nun jeder ziemlich einfach ein turnier organisieren und starten kann er sei es nur mit einem engen freundin oder familienkreis oder weltweit ja das ganze mit allem drum und dran hier stream live chat spenden einladungen und so weiter weil alles was da ja so drumrum dazu gehört halt das tool hier ja oder die plattform die war eigentlich noch ein arbeit ja das war gar nicht so richtig fertig allerdings hat sich facebook für die veröffentlichung ja für den start entschieden etwas früher halt um dieser social distancing zeit zumindest für die gamer vielleicht etwas angenehmer zu machen ja das funktioniert auch alles soweit wunderbar es wird jetzt nur irgendwie an feinheiten hier gefeilt ja und ja sieht halt hier so aus turnier stehren live stream ist ziemlich übersichtlich und ja leicht zu bedienen ich wollte euch das nur weitergeben falls bei dem einem oder anderen ja noch nicht angekommen ist oder mitbekommen hat ich fand das interessant und denke dass es für zumindest gehen wir unter euch das auch ist und wollte das normal mit euch teilen ich hoffe dass ich euch damit weiterhelfen konnte wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen wenn es euch weitergeholfen hat über ein like freue ich mich natürlich auch abonnieren nicht vergessen viel spaß beim streamen und ja bis zum nächsten mal streamen und ja bis zum nächsten mal